Heike Schäfer und die Glocken von Rom. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Glocken von Rom. Die Glocken von Rom. Dem die Stunde schlägt, was die Welt bewegt, sie erzählen davon. Doch ist unser Glück nur ein Augenblick für die Glocken von Rom. Viele schlugen laut, andere nur ganz still, viele blieben auf Sturm. Doch der Glocken lang hat von Anfang an unser Leben begleitet. An einem Tag noch herrn von heute Da werden alle Glocken leuten Und jeder Ton ist ganz verschieden Doch alle schlagen für den Frieden Die Glocken von Rom. Die Glocken von Rom. Die Glocken von Rom. Die Glocken von Rom. Die Glocken von Rom.